Es hat sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht, das Luzerner 21st Century Symphony Orchestra. Am Samstagabend hatte den Film «Star Trek Into Darkness» im Luzerner KKL Weltpremiere. Jetzt geht das Orchester für weitere Konzerte auf London. Vorhin macht es noch Halt bei uns im Studio, nicht gerade das ganze Orchester, aber der Präsident, Pirmin Zengerle. Guten Abend. Guten Abend, Herr Renni. Herr Zengerle, die Generalprobe zu Luzern haben Sie hinter sich gebracht. Jetzt geht es auf London, in die renommierte Royal Albert Hall. Wie nervös sind Sie da eigentlich als Präsident? Man hört, Munkel, das Orchester sei schon ganz kribbelig. Ich glaube, das Orchester ist kribbelig, einfach aus Vorfreude. Man kann sich das so vorstellen, so wie für Roger Federer Wimbledon das Grösste ist in einer Tenniskarriere. So ist es für einen Orchestermusiker oder für einen Musiker allgemein das Grösste in der Royal Albert Hall aufzutreten. Und wir machen das gerade drei Tage hintereinander, vier Konzerte insgesamt. Das ist eigentlich wie viermal hintereinander Wimbledon, für das Final, wo wir das spielen dürfen. Eben, da haben die Beatles gespielt, Robbie Williams ist da gewesen und noch x andere Grösse. Wie ist das möglich, dass das 21st Century Symphony Orchestra in die Royal Albert Hall? Ja, auf der einen Seite gute Visitenkarten abgeben. Also wir sind jetzt natürlich schon seit Jahren in diesem Filmmusikkonzertmarkt drin, machen super Projekte, die weit über die Landesgrenze ausstrahlen. Das ist eben in den Veranstaltern in London in der Royal Albert Hall nicht gegangen. Und die tun sich auch in dieser Sparte von den Filmmusikkonzerten eigentlich breit machen und haben dann gefunden, so ein Projekt eben jetzt wie Star Trek, das wollen sie auch in London haben und darum sind sie ja auch in uns hergetreten und haben gesagt, ob es möglich ist, dass wir mit dem auch in London kommen. Jetzt sind Sie in Paris gewesen, jetzt noch Jörg, jetzt noch in London. Wo führt der Weg noch einen vom Orchester? Ist mir das quasi von Luzern aus, loszuzagen und die Welt zu erobern? Das kann man ein bisschen so sagen. Es ist natürlich immer auch ein Zusammenkommen von glücklichen Zuständen. Eben ein super Projekt, das jetzt Interesse in London geweckt hat. In New York war es so, da sind wir ja mit den Lord of the Rings hergereist. Dort war es eine super Zusammenarbeit damals mit dem Komponisten Howard Schor. Und da arbeiten wir daran, dass wir immer so gute Konstellationen herbringen. Wir gehen das nächste Jahr zum Beispiel auch wieder auf Paris mit der West Side Story. Viel Arbeit dahinter, aber auch einfach gute Kontakte, die man auch pflegt tut und so wieder zu noch besseren oder noch schöneren Erlebnis kommt. Jetzt ist es Ihnen auch gelungen, dass die ganzen Hollywood-Grössen sogar mitkommen auf London. Ich glaube, der Komponist Michael Ciacchino, jetzt habe ich es gefunden, er war aber auch in Luzern mit dabei. Was bedeutet das, dass Sie auch die Grössen im Publikum haben, im Saalpublikum? Das bedeutet uns sehr viel, auch in den Musikern. Das ist immer etwas Spezielles, wenn man weiss, dass einer der Urheber von solchen Filmen stehen und hautnah dabei ist und er packt das. Im Fall von Michael Ciacchino ist es so, mit dem haben wir jetzt schon seit drei Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit. Er ist jetzt schon zum dritten Mal in Luzern und das gefällt uns natürlich, dass man jetzt mit so einem Komponisten, in dem Fall sogar noch einen Oscar-Gewinner, kann über mehrere Jahre zusammenarbeiten, wieder neue Ideen entwickeln, kann mit ihm darüber reden, weil es ist vielleicht der nächste Film, wo er die Musik macht, wo man dann wieder in Luzern aufführen kann. Und bei ihm geht es jetzt sogar noch weiter. Er hat seine Kontakte auch spielen lassen und in London quasi seine Kollegen eingelassen, also dort wird der Regisseur auftauchen, zwei, drei Schauspieler. Und eben für die Musiker ist das natürlich ein super Moment, wenn dann am Schluss des Konzerts so Leute auf die Bühne kommen und quasi mit ihnen zusammen den Applaus von «Bullkommen» entgegennehmen. Jetzt sind alle die Grösse in London und jetzt wäre wahrscheinlich noch die Steigerung, wenn dann die nächsten Jahre, beim nächsten Film, den sie angesprochen haben, alle auch noch in Luzern würden kommen. Das ist ja so. Also irgendwann werden wir auch das schaffen, dass wir wirklich einen so grossen Regisseur oder Schauspieler hier in Luzern bringen würden. Jetzt reden wir kurz vom Film, «Star Trek Into Darkness», letztes Jahr im Kino gewesen, jetzt aber schon im KKL Weltpremiere gewesen und jetzt dann in London. Was ist die Fassination, den musikalisch auch umzusetzen? Also auf der einen Seite, «Star Trek», das ist einer der grössten Brands in der Filmgeschichte, kann man sagen. «Star Trek» gibt es jetzt seit 50 Jahren bei ihnen im Fernsehen zuerst, nachher ist er erst ins Kino gekommen. Der DAS kombiniert einfach jetzt mit einer super Filmmusik, also der Giacchino hat einfach etwas Tolles geschrieben und das ist etwas Spezielles daran, diese so eine Musik in den Konzertsaal zu bringen und jetzt in dem Fall eigentlich schon nur ein Jahr, nachdem der Film überhaupt ins Kino kam, ist er jetzt schon im Konzertsaal zu spielen. Das ist speziell und wir zeigen damit auch, wir machen Projekte, wo wir eigentlich sehr aktuell und einfach am Puls des Kinos und des Films dran sind. Und dass man eine Vorstellung hat, dass so ein Musiker, also der könnte eigentlich in Saal hineinsitzen und ab Noten spielen wahrscheinlich, aber man muss dann doch noch ein bisschen üben. Das ist ja so und es ist immer auch ein Erarbeiten quasi von einer Partitur, also von der Musik, wo sich der Dirigente Ludwig Wicke sehr eng mit dem Komponisten eben auch austauschen tut. Er schaut genau, wie war die Idee jetzt von einer bestimmten Musik, dass das dann wirklich auch so original wie möglich kann im Konzert übergebracht werden. Kurz zu dem 21st Century Symphony Orchestra. Sind das alles Profis, die da dabei sind? Das ist so, ja. Es sind einerseits alles Profis. Die meisten Musiker kommen aus Luzern, aus der Innerschweiz. Also wir sind ein Orchester von da. Und das ist natürlich auch etwas Schönes, dass wir jetzt eigentlich Musiker, die hier verankert sind, die sind zum Teil noch Lehrer an der Musikschule, die spielen in die anderen Orchester, in Bands. Jetzt können wir mit denen auch so ein Abenteuer, eben wie auf London, zusammen unternehmen. Und Sie können von der Musik leben. Das Konzert ist jetzt der Abschluss dieser Saison. Haben Sie so etwas zurückgeschaut? Was sind Sie für ein Fazit? Es war eine extrem intensive, aber auch phänomenal schöne Saison. Also wir haben die Projekte, wenn ich schnell auf die Rückblende darf, wir haben ja die Premiere des 3. Pirates of the Caribbean im Dezember gemacht. Dann haben wir im Februar zum ersten Mal den Artist aufgeführt. Das ist das puren Gegenteil. Das ist ein stumm-Film, eigentlich etwas anachronistisches, aber es ist extrem gut angekommen beim Publikum. Jetzt gerade kürzlich, Anfang Mai, haben wir den Gladiator aufgeführt, viermal ausverkauft zu Hause und jetzt eben den Saisonabschluss mit Star Trek. Also, wenn man so eine Abfolge von grossen Filmen, grossen Titeln anschaut, dürfen wir sagen, sehr intensiv. Und wir sind sehr stolz, dass wir das zustandgebracht haben. Malde, kann sich das Publikum sicher freuen in London. Sie sind auf den Saisonabschluss, auf den glorreichen, hoffentlichen. Und dann freuen wir uns wieder auf das nächste Jahr, wenn es bei weiteren Konzerten auch im KKL zu 10 weitergeht. Birmin Zengli, danke vielmals für den Besuch hier bei unserem Studio. Danke. Das war es vom heutigen Fokus. Jetzt gibt es das Wetter und dann der Sport. Weiterhin gute Unterhaltung. Ade miteinander. Untertitelung. BR 2018